Wir sind hier, weil wir Aktionäre sind, sehr klein auf eigentlich. Im Ende des Jahres kommen wir jetzt schon. Ich freue mich, dass wir zuerst mal dabei sind. 40? Ja, 40 Jahre. Man kann zu wenig aufnehmen bei der Handarbeit. 50 war sicher. Guten Morgen. Dann wäre das für euch. Bitte schön. Erwartungen? Volle Überraschung. Auch Bekannte Regen sind. Vortrag. Die Leute können ich sehen. Auf zu essen. Auf zu essen. Auf die 40 Franken. Ja. Bist du essen? Ja. Ich begrüsse euch herzlich zur heutigen Generalversammlung. Was für eine beeindruckende Kulisse. Vor drei Jahren haben wir uns in dieser Form das letzte Mal gesehen. Es macht mich stolz. ein grosses Merci an alle, die dazu beitreten. Er ist ein Abenteurer, ein Unternehmer, ein Überflieger. Aber das Vorwärtsfliegen, das ist genau der Traum, den ich immer hatte. Let's go fliegen! Ich wünsche euch allen einen guten und nachher eine gute Heimreise. Danke für alle. Applaus Einmal mit Kamer und Effizienzschriff. Natürlich gibt es eine eindrückliche Kiste, vieler nicht, was es gibt. Wir hätten den Mark Husser am besten Pass. Die ganze Versammlung ist interessant.